Minuten später, Eckball, Germania durch Bayern. Da ist wieder Müller am Ball, macht den Ball wieder heiß. Und dann ist Dadaschow zur Stelle, 1 zu 0 für Germania Halberstadt in Minute 51. Emotionaler Jubel, die wissen ganz genau, wie wichtig dieser Treffer ist. Germania auf dem Weg zum ersten Sieg seit August, weil Dadaschow sein zweites Saisontor macht. Sein erstes hat er beim 4 zu 2 gegen Rathenow gemacht. Thomas Waldo, kurzer Jubel, wenn Sie das über die Zeit bringen, dann hätten Sie in 3. Und Dadaschow hat die große Chance zum 2 zu 0. Dadaschow macht's, mit Glück Naumann noch dran und dann geht's ab in die Gästekurve. Aus der Mannschaftskasse wurde ein Fanbus bezahlt, 50 Mitgereiste bejubeln das 2 zu 0. Dadaschow duselt sich zum Doppelpack.